so jetzt muss ich eine aufnahme schnell machen zumindest immer wieder hier hinschöne studios hinschauen was ja nicht immer so ein bisschen bearbeiten die aufnahme startet in 321 go hey leute was geht ab willkommen zu meinem video mit einem jenigen snoo und heute ist ein richtig cooles video beziehungsweise endlich kommt auch mal wieder ein video raus leute erklärt jetzt nicht die ganze sache wieso jetzt keine videos in der zeit so viel rauskommen weil ja ist einfach sehr viel los leute und ja also aber leute ihr könnt euch schon mal auf mehrere videos wieder nach weihnachten fast machen leute ja das wird auf jeden fall super nice deswegen leute bleibt auf jeden fall dran leute aktiviert die glocke um nichts mehr zu verpassen ja auch leiten und abonnieren auf jeden fall leute und ja genau und was wollte machen wollte sie jetzt bestimmt schon an sammeln denn leute heute werde ich auf den neuen song von armeis reagieren übelst kassel der ist wirklich nagelneu und deswegen schauen wir uns heute mal zusammen an leute es wird auf jeden fall richtig cool und auf jeden form direkt zu starten leute lassen gleich da in 321 let's go leute richtig gut gemacht okay ich würde sagen jetzt muss man wieder hin so dann suchen wir jetzt mal das video raus so okay so hier gut wo ist es okay leute let's go so leute wie hier leute sind wir einfach auf dem kanal von armeis wichtig und das mal so nebenbei das die erste reaction die ich mache in einem video ich habe schon mal eine reaktion gemacht habe ich auch ein primaxon reagiert leute auf jeden fall der live stream ist verlinkt aber ich meine wir schauen jetzt den ganzen live stream noch durch aber das war meine erste reaktion auf jeden fall aber jetzt wenn ich meine zweite reaktion machen und meine erste reaktion in einem video leute auf jeden fall übelst cool und leute ich beginne jetzt mal auf videos und dann seht ihr das ist wirklich das neueste hier vor acht stunden leute bei euch wird es bestimmt stehen dass es länger her ist wenn das video rauskommt denn leute das video nämlich machst du mit kleinen vorproduktion leute ja deswegen nicht wundern leute und ich würde eigentlich sagen direkt rein starten so und leute schreibt auf jeden fall in die kommentare wie leute wie lange hier schon alive verfolgt beziehungsweise überhaupt verfolgt genau und ich würde sagen wir überspringen sie das ganze mal so warte mal chill doch mal so muss jetzt schauen leute dass der ton auch gut ist so hier heute ist gut leute so weiter ok 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 leute was passiert hier denn ich würde sagen wir machen ein vollbild leute ok 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 so ok so startet super leute oha also ich bin richtig gehypt leute genau ich würde einfach mal sagen leute dafür erstmal liken und abonnieren damit wir auch mal bald überholen dann ja wir haben schon bald überholt leute ok ich würde sagen gestalten jetzt rein 3 2 1 go ok weil die ist ganz schlecht ich glaube sonst vielleicht verbessern leute oja ich bin so überfordert ja was das denn erstmal so richtig schön gitarre so richtig man schläft fast ein dicker plötzlich rock day los aber was mit dir passiert aber auf jeden fall krass warte ich das mal laufen die leute jetzt mal so nebenbei auch ich habe gar nicht mitbekommen dass er jetzt ein song raus bringt es kam komplett random arrive es war aber auf jeden fall cool auf jeden fall sehr nice die anderen tun mir leid ich dass kein wer da ich werde viel lieber allein als im alphaklan das sind alles und die alphaklan mitglieder wenn immer gemobbt aber die frau mal stress an was soll das denn oder ja ich glaube mittlerweile schon die machen uns aber leute wer auch diese youtuber insel 2 verfolgt nicht jeweils der wife und arme hier so bauen es bin ich wirklich klar so wirklich respekt hier sehr so warte runter ist das denn die drei sagbrüder und die nerderrekker hat wenn man hier zurück geht weil kurz einig hier ah oh das hier ist das denn die drei sagbrüder und die nerderrekker hat man wife bitte ich komme nicht daher so warte los jetzt muss gut sagen hier ist das denn hätte eine glatze ok das ist doch der glatze leute oder detektiv skin von der climax auf jeden fall sein leiter aber wieso sieht es aus wie eine glatze guck mal es sieht aus wie eine glatze leute werfe den song auch also richtig cool der song ist natürlich auch verlinkt a wife ist natürlich auch verlinkt leute schaut beim jungen vorbei ich meine also ich finde also a wife ist wirklich wo es vorbild auch für mich roth muss jetzt mal so gut ob sagen aber auf jeden fall leute ich weiß den song richtig cooler und wir schauen natürlich mal weiter warte flügt da einfach er sagt er macht einen großen sprung ohne ender perle aber wirft eine erwischt 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 mich nie wieder an denn ich bekomme alles mit kleine joke leute aber hier einfach schon von der ersten youtube ist schon zehn monate her und wie traurig die zeit vergeht leute aber mit der zeit kommen auch immer neue abenteuer wie zum beispiel youtube 2 also leute richtig nice ja geht doch an doch ich hoffe wir bleiben auf reisen und dass wir niemals wir haben ein kraft auf ein neues level gebracht es gibt die drei zack brüder und die nieder die sind die wasser krieger und zusammen sind wir die youtube sehr krass zwar der song leute richtig was hier auf jeden fall auf spotify abschicken jetzt überall hören leute macht das auf jeden fall ist aber leider kein spotify aber sonst würde ich auch hören aber ich habe hier youtube leute aber wo auf jeden fall richtig cool hier und ja auf jeden fall checkt das musikvideo ab aber ich muss wirklich sagen dass es so random kam was dafür war super gut also generell das war einfach gut leute und da hat man auch richtig mit so hier so kopfnecker und so leute auf jeden fall ich würde sagen das war mit der reaction die leute ihr seht hier ja das dauert insgesamt 2 minuten leute für zwei minuten hatte da echt viel reingepackt leute ich also richtig cool leute ich würde sagen das war's mit der reaction checkt die live ab checkt den song ab das like und abo da bei beiden kanälen ein und sein und ja genau leute also leute ihr habt gehört das was mit der reaction auf jeden fall richtig cooler song respekt leute und ja ich würde mal sagen leute das war's last night und ein abo da ich finde es echt cool dass jetzt mal wieder ein video rausschau bringen konnte und leute jeden fall bei den abonnieren blog aktivieren und wird sagen man sieht sich auch leute hin auch auch er weg und 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017